Höhöhöhöhö Oha war das knapp Sooo Ich glaub hier bin ich richtig, ich bin mir aber nicht sicher Einfach immer den Weg folgen Kann sich sein, ja ja, mach mal Ja genau Tötting, tötting Ja war ich ja doch schon bei... oah Diese komischen Sägen Von oben fällt das Eis glaub ich hinunter Ja Hm Was ist denn hier los? Na ist das blaue Feuer was du brauchst Hier ist wildes Durcheinander Ja toll Ja toll Ich hasse sie wieder, also ich hasse sie Ah rüber Und rüber, und rüber Und blaues Feuer, hallo blaues Feuer Listen, das ist blaues Feuer Nein Es wirkt immer natürlich nein Es ist auf keinen Fall, aber ich hab da zwei Feen drin im Glas Wo hast du die beiden her? Die Feen? Die nein, äh die Gläser Milch, eins war Milch und das andere keine Ahnung Milch von der London fahren? Und wo gibt's denn noch welche? Gibt ja Blaues Feuer Ich glaub ich brauch noch mehr Blaues Feuer Das muss die anderen Fee auch noch verballern Also wenn du aus dem Teil irgendwann mal raus gehst, brauchst du auf jeden Fall noch eine Flasche blaues Feuer Oh Mann Für den großen Kingfisch Big King Fischibupsi Ne, ich geh nur zum King damit Bei der, bei der gibt's dir glaub ich die blaue Rüstung Natürlich, deswegen muss ich ja da hin Ach da ist einer! Ohhhh Penis Ey komm Boah Boah Das ist dann noch so einer Alles werft mich hier durch die Krägerin, friert mich ein Ja Asi reich ever, alter Ich bin da oben an die große fette Truhe Oh Blaues Feuer Jetzt aber Fick dich Nein Nein, heute ist meiii Ja dann kommt ja diese fette Fledermaut Dann töte sie Ich will's doch, die fliegen dann immer weg und dann hauen sie ab und kommen die wieder und hat sie Ja weil, weil die total feige Muschis sind Echt? Ja Komm her, komm her hier Flieg mich an Schließ, schließ, hm Schließ deren Schließ muss, nein, schieß die doch einfach mit dem Pfeil ab Sie hat schließ muss, wie gesagt, so Penis Mess tot Ich hab'n Pfeil im Bogen, musst du wissen Ja Sooooo Nein Nein Ich will sie töten Ich will sie töten Ich will sie töten Ich will sie töten Verarsch mich jetzt nicht Nein, 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 ich weiß, dass das eine Fledermaut ist, aber ich will sie töten Nein, nicht informieren, töten Oh Gott Muschimaus Ja, ich nenn die Fledermaut jetzt alle Muschimaus Daneben Daneben Getroffen Endlich Muschimäuse Feuer Feuer Ich gieße Feuer aus meiner Flasche, wie logisch Physik und so, ist ja gar nichts für Spiele Das ist total logisch, ne So Das ist Feuer, er steckt ja eigentlich in einer Flasche, aber das ist ja, das ist ja übernötiges Feuer Ich hab keine Karte bekommen Das kann auch verhüten Das ist ja böses Feuer Es verbraucht das doch nicht für so'n Scheiß Stimmt, da ist ja nur ne Urne drin Wie ich das nicht merke Oh, da falle ich auch noch runter, wie schön Muss ich jetzt eigentlich wieder zurück oder irgendwo weiter? Du musst auf jeden Fall nochmal Feuer holen und dann zurückgehen Ich will ja das Feuer jetzt holen, aber ich komm da grad irgendwie nicht wieder hoch Bei mir bleibt grad das Bild stehen Ja Pech Ah, ist das ganz stehen geblieben? Bitte? Ist das ganz stehen geblieben? Ja, das ist ganz schlimm, ich hab hier Standbild Siehst du jetzt wieder was, liebe Nudel? Ja, ich seh wieder was Es bewegt mich auch Wunderherz Endlich bin ich wieder drüben Und jetzt nehm ich mir Feuer Tja Und noch eine Flasche nehm ich mit, weil ich es kann Genau, weil du es musst Und sein, dass du vorhin zurückgehen musst So und jetzt zum Boss Jetzt gehst du zurück Muss hier noch was vorher ausfrieren oder nur zum Boss? Nee, also du musst noch einiges da machen Ach du Scheiße Ich werd mich wohl wieder dran erinnern, wenn ich es sehe Lass mich Ich hab schon wieder ein Standbild Hallo, alles gut Ich hab schon wieder ein Standbild Ich hab gar nichts gemacht außer mich zu bewegen Immer noch? Standbild Ja Aber warum denn? Komm, wir starten Skype nochmal neu Okay So, jetzt hast du wieder ein Bild Aber wenn ich gleich nochmal ein Standbild hab, dann... Ja, was ist jetzt hier? Soll ich hier auch irgendwie hier dieses rote Zeug wegmachen? Ähm... Ja Dann mach das weg Okay Hehehe, Feuer He, ausflaschen Hehehe, hehehe Jaaaa, ein Leberraum Ach ne, doch nicht Ach, warte mal Ach, hier ist noch mehr Blausfeuer Moment Blausfeuer 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 Hehehe Blausfeuer 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 So Oh, hier ist auch ne Truher Bleib stehen Bleib stehen Hehehe Hehehe Geht doch Bam So, machen wir erst die Truhe und dann den Herzcontainer holen So Hier ist wahrscheinlich ein Kompass drin, so wie es sein wird, wie immer Lalalalalalalala Kompass, 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 Kompass Sag ich doch Mann, bin ich schlau und gebildet Hehehe Lustig, er hat gebildet gesagt Wenigst hab ich hier genug Blausfeuer Und hier auch nochmal Für das Herzteil Jey, und wieder ein Herzteil Wenigst hab ich jetzt schonmal wieder volles Leben Wollt nicht für irgendwo so ne Skull2 Kacke Nehm ich erstmal wieder Feuer mit Feuer mit Ach, dahinter Kann ich nicht bewegen? Doch Kann ich nicht bewegen? Haha, schlau Ich triff's trotzdem nicht, ne? Doch Hallo 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 Ich bin wieder da und ich muss leiser sein Der Kurze ist grad voll gegen die Schür gerannt Warum? Weil die nur angelehnt war und nicht auf und er wollte raus und dann ist er da vorgerannt Dann soll er schlafen Ja, der ist auch schlafen Sollst du wissen was war? Ich hab die Blausfeuer gefunden, hab auf der Seite rotes Zeug weggemacht, war an der Truhe, hab einen Kompass gefunden Und dann war da ein Herzteil drin, ne? Ne, ne, ein Kompass Hier war das Herzteil eingefroren Kompass? Weil, gut, und geht auf die andere Seite Genau, tu das Hehehe Heute war er mit dem... Ah! Tu dir nicht wie Tu dir nicht wie Zu spät so Und hier auch nochmal hinein, könnte ja immer was Schönes da sein, man weiß es nicht Genau Also wenn du auf die Karte guckst, dann siehste, dass du da lang kannst Lops So Und wahrscheinlich auch lang musst Ich weiß es nicht, ich seh es nicht Ach du Kacke Ja, du musst sehr lang Nein, das ist nur Zufall Hehehe Ich glaub das kann ich schieben Ja Anders kommst du nämlich nicht an die Kristalle ran Hehehe Ne, doch komm ich Von hier Ich glaube nicht Doch Ah, diese dummen Fledermäuse Ja Komm nur her hier Freundchen So Muschimaus Geh weg BAM Und dann hol ich mir dann nochmal die Skull-Tooler-Dings dazu und BAM Wie viel hast du denn jetzt davon? Nicht viele, fünf Fünf? Ehrlich? Zeig mal Hä? Inventar und so Warum soll ich's zeigen? Ich hab wirklich nur fünf Weil ich's wissen will Okay, sechs Sechs Ah, nicht viel Ja, ach nee Ich sammle die Teile auch nicht Eigentlich Ja, du könntest ne größere Geldbörse kriegen Aber die interessiert mich Äh Nix Pfff Ich will auf das Teil hier springen Und dann da rüber Und dann hier rauf Das kann der Fledermaus getroffen werden Das war mal klar Ja, ja Definitiv Ich werd nur angeschrieben Mr. Moor, Mr. Spur Nein, bitte Nein, natürlich werd ich nicht deswegen angeschrieben, aber Ich will den jetzt hier töten Ja Töte die Muschimaus Egal, ich hol mir noch das Teil hier Bledleding Da oben ist noch mehr blaues Feuer Kann ich nicht hier oben drauf gehen auf diese Knüppel? Nein, kannst du nicht Ich will aber Kannst du aber nicht Ich will aber Ich will aber Gott sei Dank Okay, dann machen wir Da hinten muss ich ja auch noch hoch Genau Soll ich zuerst da hoch? Ja, bitte Okay Aber ich kann da hier oben nicht raufklettern Doch, kannst du Was machst du denn? Der ist runtergesprungen Du bist runtergesprungen Was ist da drinnen? Nichts Cool Jetzt kann ich mal wieder da hinlaufen Wieso bist du runtergesprungen? Wieso bist du runtergesprungen? Das war aus Versehen Du bist doch voll straight drauf zugelaufen Das ist da oben Das ist da oben Da oben sind auch Pistalle, aber interessieren uns nicht Und hier sind nur Rubine Ja ne, das ist nur noch dieser eine Raum da, der interessant ist Ja Würde ich den mal schaffen Du musst da unbedingt durch Ja Sonst kriegst du dein wertvolles Item nicht Wir wissen zwar nicht was da ist, aber wir müssen da durch So ungefähr, ne? Ja Genau Ja ja Bla 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 Das ist doch Bla 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 bla